Doch die Kastraten klagten, als ich meine Stimm erhob. Sie klagten, und sie sagten, ich sänge viel zu grob. Und lieblich erhoben sie alle die kleinen Stimmelein, die Trillerchen wie Kristalle. Sie klangen so fein und rein. Sie sangen von Liebessehnen, von Liebe und Liebeserguß. Die Damen schwammen in Tränen bei solchem Kunstgenuß. Ein Gedicht, das mit seiner Doppeldeutigkeit geradezu für Schwindelgefühle sorgt. Ist es ein poetologisches Gedicht, also ein Gedicht über das Dichten, oder doch eines über die Liebe? Doch die Kastraten klagten, als ich meine Stimm erhob. Heiner hatte vielleicht noch die Chance, echte Kastraten zu hören, aber es geht ihm nicht um diese Sänger, die man vor ihrer Pubertät kastrierte, damit sie ihre hohe Stimmlage behielten, mit der sie dann für Furore auf den Opernbühnen des 17. Jahrhunderts sorgten. Sie klagten, und sie sagten, ich sänge viel zu grob. Möglicherweise geht es um kritische Töne über Heines Gedichte, die bestimmten Kunstwächtern vielleicht zu deutlich, zu wahrhaftig erscheinen. Wahrscheinlich zielt Heine aber weniger auf das, was andere über seine Dichtung sagen, als auf das, wie ihm die Konkurrenz im Vergleich zu seiner eigenen Dichtung vorkommt. Und lieblich erhoben sie alle die kleinen Stimmelein. Klein sind diese Stimmelein, das mag niedlich sein, echte Kastraten hatten übrigens gewaltige Stimmen, womit klar ist, dass sie nicht gemeint sind. Vor allem ist es aber unbedeutend. Die Trillerchen wie Kristalle, sie klangen so fein und rein. Das Lob ist ironisch. Triller sind nur Verzierungen und nicht das, was die Substanz der Gesangskunst ausmacht. Sie sangen von Liebessehnen, von Liebe und Liebeserguss. Darin sind Kastraten bekanntlich Fachleute. Vor allem der Liebeserguss ist ja nun das, wozu einem Kastraten die Fähigkeit genommen wurde. Wobei hier Heine ganz unschuldig tut, als wenn mir mit gemeint sei, dass sich gewissermaßen gedanklich über die Liebe ergossen wird. Die Damen schwammen in Tränen bei solchem Kunstgenuß. Poetologisch gedeutet macht sich Heine also über den Kunstgeschmack der Salondamen lustig. Wenn man nun Kunstgenuß als Gegensatz zu Echtgenuß versteht, dann geht es über diese Deutung hinaus. Die Damen wollen vielleicht für die Liebe schwärmen, aber das, was an Liebe echt und vielleicht sogar körperlich ist, das lassen sie nicht an sich heran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020